Ich bin eine prompige Frau. Ich bin eine üppige Frau. Ich bin eine Solo-Frau. Herzlich willkommen, verehrtes Publikum, zu unserem heutigen Abend. Last Woman Standing. Ich darf Ihnen nun unsere drei Kandidatinnen vorstellen. Das Monster tritt auf. Das fremdartige Fremde. Und alles Fremde ist das nicht eigene, das nicht männliche. Ich lasse die Milch auf dem Herd und zünde das Kind an. Nein, die Milch. Nein, den Herd. Es ist Zeit, die neue Frau von der alten zu befreien. Wie viel Prozent Lohnunterschied gibt es zwischen den Löhnen von Frauen und Männern in Österreich? Freifahrt, ich... Das ist mein Körper, meine Sache. Ich glaube nicht, das ist mein Körper, deine Sache. Diese Logik habe ich gelernt. Dass einer Hans heißen muss, dass ihr alle so heißt. Einer wie der andere. Aber immer nur einer ist es, der diesen Namen trägt, den ich nicht vergessen kann. Deine Hände bewegen sich mit gnadenloser Genauigkeit weiter. Welche himmlische Gabe. Und ich beginne zu vergehen, wie immer. Und bin voller Feuer. Es geht weiter mit Wer sagt was. Es ist ein Faktum, dass das weinliche Geschlecht das Schwächere ist. Das noch dazu über das aufnehmende Sexualorgan verfügt, das auf der biologischen Ebene dem Männlichen ausgeliefert ist. Also, Entschuldigung, das ist ja ein Faktum. Das ist ja ein Faktum, der der Kapitän. Hey, was macht ihr denn da? Was soll denn das? Ihr sollt nicht miteinander tanzen, sondern kämpfen. Das ist ein Weckkampf. Frauen, auf geht's! Wir sind Frauen. X. Frauen, auf geht's!